es ist ja klar heute ich wollte ich überleg mir youtube kanal zu machen und dann lade ich da immer so eine runde von ganzen stream ich kann ja nicht gerade so einen ganzen stream raushauen einfach mal so eine chillige runde auf youtube weil dann müsst ihr alle rüber und auch dort aber da lassen das ist die stadt und den briggs ich bin perfekt für main und ich habe eine zeit und eine blau ich liebe kurs niemand ich liebe es die zeit ist gar blau p90 direkt laut auf dem berg habe ihn und bei die nordosten auf dem berg ist eine genockt und erst ganz dorn das ist der geist mit dem ich jemals hatte direkt am anfang ich habe auch eine p90 er ist ein schießeisen bei mir kommt noch jemand ich komme ich komme ich komme ungefähr hier unten irgendwie ich weiß nicht genau der ist hier im neuen gebäude im neueren der hielt sich und fragt der hat ich meine ich kommt okay habe beide alle ja so ein jungen gut läuft wenn ich die auf youtube das ist wie du gemerkt bandys ich nehme mal mit wie man einmal lupen ich habe wenn ich gefunden wo ist ja das wirklich kann man was für sie gehört schon von hier zu gesehen ich war soweit entfernt ich habe gerade nichts mitbekommen du kannst mitnehmen ich habe eine von euch ist gleich vielen dank für den verlor willkommen jetzt nach oben zu kommen ich komme ich komme ich habe keine mächtung nach oben zu kommen was ein mensch warum macht er das jetzt ich habe schon darauf gesprayt das ist noch einer das ist noch nicht ich habe ihn nicht oben getötet ich habe ihn nicht oben getötet ich habe ihn nicht oben getötet alter was dennoch juckt ihn gar nicht mehr er hat noch genau ich habe vom chat da war noch wenig in dem kleinen gebäude ich glaube hier hätte ich habe immer nicht gesehen also nicht die wo ich gerade auf kunden an welcher eine goldne scanner normale ich habe das gegner auf briggs ich habe kaum materialien ich verspare ich habe ihn habe ihn war allein also er war allein kann gut sind doch noch welche ich weiß ich weiß ich weiß ich könnte jetzt ich könnte jetzt noch eine zone gehen weg digga jetzt komme ich wieder zu dir habe ihn getrappt er hat nur noch viel schlimmen maximum glaube ich ich bin hier gettet und unten ist einer noch die falle hat mich gettet oh mein gott digga die falle war klatsch moin danny ich habe medik ist noch ein medik gold ist gar so ich bin golden locker und schon mit so dass noch mit gibt die kannst du hier ist auch noch ein bg wird es läuft gerade richtig gut aber ich habe noch zwei minis hier macht ihr voll ich nehme glaube lieber die zeit oder nehmen über die goldenen ist gar von einem ausreichend vielleicht dass wir nicht schon 130 ok und hier ist noch platziert hat glaubt zwei leute gut die falle die gegen einander gefeiert haben auch noch und dann kommen noch eine dritte partei noch mal sind ja noch leute ich habe immer noch keine materialien ich habe nicht was was geben ich habe 600 oder so hier ist 200 ergeben ich glaube main habe ich nicht ganz gelootet weil ich es kann eine ganz gute runde überlegen jetzt geht es nicht mehr so viele das leben ist für 40 wo ich habe noch ein bg mehr ich habe jetzt haben wirft über der macht der bewegt sich doch und gott hier der ist so ein dringend glaub ich im briggs man muss die ganze zeit nachladen alte das sucht den so gut ohne dass er mich abfangen kann geht er jetzt ganz um auf dem dach sollen wir wegdriften ich werde wegdriften komm runter zu dir das riefen das riefen das riefen das riefen das riefen ja die geld gerade pümpel geworfen okay war gut ich habe noch 45 mit dem blut sich herum ich habe immer dass er sich nicht hatte so vergessen ich habe noch ein bg für dich vor die runde zu ich hätte ich finde ich meine bänders habe ich gar kein leben ja lass mal baum aus konnte er in die niederbelebt hinterbelebt das ist aber richtig hast du in hier hinzukommen baum aus bandage und baum aus bandage ich wusste es die ganze ist einfach mein haus und diesen geist diesen geist aber wenn das leise das liegen sneken da drin kommen das kommt sie könig das scheiße was war so knapp aber der andere hat jetzt hatte jockey und schon macht die viel ja der andere 80 leben oder so noch 80 oder 50 die kugel ist ja noch durch ihn durch eine sache war ist wenn ich unter der treppe bin ich kann das nicht bearbeiten das kann ich ich habe ihn da war in der garage da der fall ist hinter uns sind mehrere aber ja genau wie auch ok den habe ich auch sehr nice sehr nice der war aber schön los aber warte pass auf das ist das rechts kommt noch einer ja er hat kein schild mehr ich bin so hohe oh mein gott was sagt er mir was er hat mich so weit gelesen ich bin so ein es ist so ein waren die lust aber naja ist trotzdem ich habe so wenig leben kommt es wird eine geile runde ich habe ihn gehört glaube ich ja fahrt mich ab jetzt können sie mich halt ihnen die pusten weil man hier fliehen kann ich hab mal getroffen nein das ist ja schön finnisch finnisch sehr schön ach so was hast du ich bin dank wo du bist glaube ich kann sie euch einmischen das musst du machen naja wo ist er oh Gott digga g motherfucking g nice gg youtube und ich muss markieren setzen ich weiß wann das ist oh Gott das wird mein erstes Video auf youtube echt äh ich Junge was ne krankrunde 14 Kilo